Junge, du bist so eine fette Sau, das gibt es nicht, Alter. Was geht? Jeden Part frisst er irgendwas. Ey, warte mal. Können wir nicht zurück. Du, 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 du wolltest die Begrüßung machen. Ja, aber ich habe es doch nicht gegessen. So, wir waren stehen geblieben hier auf der Vulkaninsel. Und ja, Alter. Und wo lang müssen wir? Hä? Was hat denn passiert? Hä? Ja, dann müssen wir hier entlaufen. Das einzige Weg. Hä, Leute. Was für ein hässliches Viech? Äh. Junge, warum spielst du das? Was? Wird was gesagt jetzt? Hör doch auf, A zu drücken die ganze Zeit. Jetzt musst du wahrscheinlich nach rechts irgendwo. Du kennst doch das Spiel. Ja, wenn du ganz ehrlich irgendwelche Sachen skippst. Meinst du, ich kenne das Spiel aus, wenn ich habe es nur einmal durchgespielt. Nicht mal durchgespielt. Hä, wo sind wir jetzt hier? Hä? Wie sind wir denn hier hingekommen? Hier haben wir doch die Begrüßung gemacht. Haben wir nicht? Haben wir gar nicht. Wir haben doch gar keinen Gegner besiegt. Aber ich würde jetzt gerne... Das Viech ist jetzt irgendwo nach rechts gegangen. Wo ist das jetzt? Ja genau, wir waren auf der anderen Seite da, siehste. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und gucken nach Strand. Ja, und es liegt halt ein Feuer. Es muss im Blauen sein. Was fühl ich? Ja, aber sieht man ja, wie stabil das ist. Bei mir ist alles flüssig. Genau, sonst bei dir ist es ja sonst voll oft, dass du auch mal leckst. Ach man. Das war deine Strafe. Hä, wo sind wir denn letztes Mal langgegangen? Das haben wir den gesehen, der ist nach rechts gegangen, aber... Nach oben? So, nach oben sind wir schon gegangen. Da war die Statue nur. So, dann hier nach unten. Was gibt's denn noch? Ja, dann war's das halt. Dann müssen wir halt über die Wiese. So, da rechts geht zum Beispiel nicht lang. Hä? Ich glaub, die Einglieder haben sich verschoben oder so. Keine Ahnung. Kommt mir so vor. Jetzt mal ohne Witz. Das war davor nicht da. Aber vielleicht soll das ja auch so sein, ne? Dann gehen wir halt einfach hier weiter. Geht's eigentlich hier links lang, ja, ne? Ah, genau da. Ja, genau. Okay, das heißt, wir müssen ja nur nach rechts. Einglieder ist ja auch mal. Wie ist denn das nicht? Boom! Wo ist denn das K First? Das war's für heute. Beste Unterhaltung fürs Let's Play. Was denn? Hallo, könnt ihr mal den scheiß Bonbon benutzen? Hä, wie sollen wir nur noch eins? Du, 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 du Follow Chili Du, 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 du. Das ist eine bessere Unterhaltung. Ja. Nee, beim Let's Play muss man kommentieren. Ja, was willst du da sagen? Das ist so eine junge Biene. Geil, die junge Biene. Ja, kommentieren. So Leute, wir gehen jetzt nach Rai. Wir gehen jetzt mit uns. Ah, jetzt können wir die ganzen Sachen wieder reinholen. Hallo, Canima. so diese töne er muss unsere heilkräuter hat ja auch nicht mehr hier oder was so lebenswasser haben wir genug honig schokolade wo ist unsere schokolade hin die ist nur rechts haben wir wirklich unsere schokolade auf verbraucht ja die traumkraut das brauchen wir jetzt nicht unbedingt lieber schokolade die war ja weg wegen dem geister schiff es ist ein neuer tag leute das merkt man ja an den rucklern was macht er ja der kann sich heilen genau ja fairer gegner und ja es ist wochenende ein bisschen anders so ein bisschen motivation ist zwar ein bisschen da aber naja joker wird gerade ein bisschen angepisst oder so keine ahnung vielleicht weil du gestresst hast ja also nur weil ich gesagt habe ich bin ein bisschen betrunken genau aber ganz halt rumgenervt herr items haben erhalten genau jetzt kann man die samen bei diesen tun da nur weil ich ein bisschen getrunken habe junge das ganze gestresst ist das weißt du selber aus die nette auszureden also ich will ich weiß auch nicht warum du das jetzt in dem hat erwähnt hast keine ahnung der wirkte ein bisschen angespannt halt auch die schnauze alter wie wärs also wir müssen wir wieder zurück wieso bin ich jetzt tot nein unnötig unnötig ich nehme doch nur ein bonbon ja wiederbelemmung ist auch unnötig aber heilen nicht die sollte jetzt wieder ein leben so da wird die schokolade super dass du das alles verschwendest ja wir hätten ihnen noch eine schokolade soll nicht rum müssen wieder einkaufen aber ob man auf einer vulkaninsel einkaufen kann ja doch da gibt es eine stadt aber wir müssen uns mal dahin ja guck mal hier wie es so kann man nicht durch ne kann man auch nicht erinnere dich das ist so ist ich hasse labyrinthe das mag ich überhaupt nicht das hat den kack weg immer finden als ob man jetzt sich alles merken kann ach aber als wir den mana steigen gefunden sollten da war es kein problem ja war es auch nicht weil es nicht so kompliziert ist wie hier so intelligenz geht doch meine güte der mana stein war ja auch nicht so schwer konnte man sich die türen merken aber was willst du hier merken ich merke schon labyrinth und ich sind keine warte nur so und die können sich ja auch wiederbeleben ja der eine typ da macht es die seine typ teil in so einer bose schale da da hier denn so einer vase ist der kanal der anderen leute heilen den muss man zuerst töten immer also glaube ich nicht nach oben gegangen glaube ich ja genau da war man nicht aber ob wir dahin müssen ja doch sieht gut aus item samen genau die bekommen wir jetzt dann können wir die auch mal anpflanzen ok links oder rechts hier klare antwort joshia ja da ist auch der axtwerfer einer warum ist es immer so verpackt nicht wieder beliebt ich sicherlich nicht aber ich gebe klaus auf ein bonbon wieso ist das jetzt auch mal wieder verpackt das spiel meint es nicht so gut mit uns ja genau wegen sowas alter wir sterben an solchen wie viel halten die auch aus ist es nicht so dass die 30 schläge kassiert haben meine güte alter millionen schläge und mit uns geben sie tausend so was lächerliches alter habe ich ja lang noch mal gesehen ah wie geil genauso wie die zombies wie geil scheiße wir müssen die sachen neu sortieren bonbons und so so jetzt gehe ich mal der sache nach genau siehste der weg war nicht da ja das heißt wir müssen dass man sieht in diesen einen fettsack da treffen ne und dann geht der weg da weiter sie ist der feier der war davon nicht da so jetzt bevor du jetzt was sagt spult was so jetzt kommen wir da zurück super zwar voll informationsreich ja das ist informationsreich ja genau was ist okay ich weiß sofort was ich zu tun habe hat ja ein bisschen spoilern wie es was ist das mit einem viech ne das ist nichts ich weiß auf jeden Fall was das ist renn ruhig renn durch nein wir wollen doch uns leveln scheiß drauf scheiß nicht drauf siehste guck mal der kann sogar intelligenz machen das heißt da wir es neu gestartet hat der konnte keine davor keine intelligenz machen ah und wir müssen jetzt items haben genau die will ich jetzt auch wieder haben vielleicht mal auch wieder mal so dieses itemsamen hin hä ja von wo kommt die denn her müssen von dem wir sagen wir doch eins wir müssen die ganzen jahre mache ich ja das kann ich aber nicht mit einem fight machen ja kommt noch mehr alter warum kann ich nicht bewegen hallo ich will mich bewegen so Klaus so die Vogelkralle rein so dieses mann ich Junge das Spiel ist auf dem Backdel so krieg ich nicht auf Alter es leckt hier so sehr das gibt es nicht du gehst einmal nach unten und dann bewegt es sich dreimal Hä genau dieses Kack Cheap Scheiß da weg damit dafür Schokolade rein so Schokolade komm ich werde jetzt wieder itemsamen haben los ja guck mal guck mal wir können ja gar nicht hoch wir müssen nach links hä okay das war eine Sackgasse ja das heißt ja es ist nur wieder hier so 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 lauf lauf du Schlampe das ist ja rechts wäre der richtige Weg gewesen feier scheinbar das geht willkommen Dorf des Priesters der Dunkelheit hä die greifen nicht an nö das sind ganz normale Leute ja guck mal das ist ein Typ der verkauft was willkommen Bonbon Schokolade Schokolade ja holen wir uns auch tschill guck mal wie viel Geld wir haben ja auch voll viel wir können voll viel davon kaufen Wodan kann vorher irgendwas erzählen Puddingdrink ne erzähl mal was komm boah ich hab Joker gerade so richtig ähm er hat sich in meinen Account eingeloggt hab mir einmal Death geholt also dieses Highspiel einmal Golf with Friends und ich hab Joker abgezogen was glaubst du eigentlich für eine Hundescheiße du hast deine eigenen Skins verkauft was für Golf du hattest 1000 du hast 185 Schläge gehabt ja und du 100 ne 230 genau wow er feiert so verloren das gibt's nicht Jungs sie hat so verloren denn ihr mal das doppelte von mir gehabt von hatte ich 50 Schläge hatte der 100 hatte ich 70 hatte der 140 das war immer so und der labert seine Hundescheiße die ganze Zeit genau und er hat sich jedes Mal gefreut obwohl er 14 Schläge gebraucht hat für eine Bahn ja das es mal geschafft hat das sind Freude ne du du hast für dich du hast davon ja keine Ahnung ja Freude für dich dass du es geschafft hast oder was was hast du daran geschafft wenn du 14 Schläge dafür gebrauchtest mach hin so das ist für mich nö hey habt ihr die auch hey hast du ein Wolfsgürtel ja musst du mal nachgucken was weiß ich warte ich wusste das war meins aus nö siehst du hättest so gut das heißt du hättest gar nicht beim Geistes Schiff was kaufen müssen das ist viel besser bei dem das ist viel besser bei dem du hast es umsonst gekauft egal rüst mal gleich auf ich glaube hier kann man auch noch eine bessere Waffe kaufen und du wirst dich gleich weg lachen glaube ich verkaufst du irgendwas was ne der aber bestimmt junge feier kannst du mal mitlaufen nö der nächste Ausbruch wird groß willst du fliehen dann jetzt wir bleiben hier und werden uns einer Tod nicht widersetzen steck fest hallo ja hier gibt es doch noch einen Waffenladen ah hier unten bestimmt westlich von hier ist eine Höhle wo der Seebewohner lebt er könnte dir von der Insel helfen aber der Eingang zu seiner Höhle ist gesperrt nachdem der Bein blockiert ein Felsen in den Eingang du musst da einen anderen Weg finden ja guck mal Stahlschwert ja guck mal die die Waffen werden voll teuer ne wenn man es so sieht ja und was ist daran jetzt lustig hä das habe ich mich auch nicht verwechselt es kommt noch das Schwert genau Spoiler doch nein aber das hat 20 mehr ATK wenn man es so sieht ne so Leute ich will euch mal was ans Herz legen und zwar Junge du bist so ein Fettsack das gibt es nicht ah ihr habt noch gar nicht das hier angezogen ne hallo kann er mal select machen ha 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 select mache ich doch die ganze Zeit was denn das für ein Kackspiel jetzt mal ohne Witz hä oh macht er mal select so jetzt verkaufen wir alles Junge kannst du mal aufhören zu fressen wie so ein Fettsack alter nein Junge es ist so ja alter das keine Sekunde mit denen aus der Fettsack frisst jeden Tag alter dauerhaft frisst der alter der frisst jedes Mal egal wann ihr ihn seht der frisst 2 2 3 2 3 3 3 4 Junge, ist schon wieder am Fressen, Alter. So, wir müssen jetzt zur Höhle. Ach ja? Hä? Was hast du nur gemacht? Hä? Das ist Totem da. Ach, das Totem oder was? Ich hab nicht mal... Ich hab nicht gedrückt. Warum? Genau, Alter. Hab nichts gedrückt. Passiert einfach irgendwas. Okay, das heißt, wir müssen einen anderen Weg gehen. Hier ist nur die Stadt. Aber wir haben jetzt dafür bessere Waffen. Jetzt können wir die Höhle so locker besiegen. Ja, ja, ich weiß, wir wissen ja, wo das ist. Du bist so ein Fettsack ohne Mist. Hä, was hab ich jetzt gemacht? Was hab ich jetzt gemacht? Fettig Wein, Alter. Ja, und jetzt diesen unbesiegbar. Renn, renn, renn! Hä, wir haben doch bessere Sachen jetzt. Renn! Guck mal, wir machen die voll viel Damage. Wohin, Söhne, Alter. Wohin, komm her. Los, komm! Ja! Der Axtwerfer. Ja, auf einmal stirbt der eine. Seit wann kann er... Ja, kurz, seit wann können die sterben? Hä? Hä? Hä, wo bin ich denn? Was machst du? Ja, ich bin... Hallo, ich bin versteinert. Ja, jetzt hör doch mal auf jetzt. Mann, wir können nichts machen, du Spaß. Wir töten den jetzt und gut ist, dann bist du wieder da. Hä, ich bin auch versteinert. Ja, da kannst du scheinbar einfach Leute versteinern, aber die anderen können nichts machen. Genau. Was ist denn das für eine faire Attacke? So, ein... Einmalbonbon für jeden hier. So, wo müssen wir... Wir kommen von rechts, ne? Ne. Wir kamen von unten. Ich muss mal kurz das testen. Genau, hier, so. Was willst du schon wieder fressen? Testen! Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Hallo, danke. Okay, hier ist zum Beispiel. Wie wir sehen. Wieder, warum kann er nach oben? Nein. Fliegende Samen! Oh, freust du dich? Das ist voll das seltene Item. Bei einem innen siehst du ja so kleine Thun, ne? Hast du bei einem innen zum Beispiel mal gesehen, ne? Und da können wir die ganzen... Hä, wieso bist du schon wieder versteinert? Hallo! Darauf erstmal Flips essen. Also feiert du hast auf jeden Fall beim innen solche Thun gesehen, ne? Junge, kannst du mal aufhören zu fressen, Alter, jetzt mal ohne Witz. Wie kann ich dich eigentlich davon... Meinst du, das geht mit das Ding hier? Ja, geht. Okay, Heilkräuter benutzen, wenn du versteinert bist. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Hallo. Ah, jetzt. Intelligenz! So, was war da jetzt eigentlich? Ah, gar nichts. Okay, ihr nehmt mal bei dem Bonbon, ne? Ne, wobei, äh, Klaus sollte zwei Bonbons nehmen, du nimmst ein Schokolade. Dann glaube ich, jetzt auch genug Schokolade, müsste man hier auch haben. Jetzt gibt man noch... Klaus noch ein Bonbon und dann... ...ist jeder zufrieden. So. Warte mal auf. Ich muss... Ich muss testen, ob ich mich bewegen kann. Der bewegt dich doch einfach. Kann ich doch nicht, wenn ich tot bin und verscheinert wurde. Hä? Was für ein Back... Hä? Warum bin ich jetzt tot? Der kann 30... Der kann Millionen Schaden in einer Sekunde machen. Hacker. Oh, wie viel Schaden der macht genau. Kann sich nicht mal gescheit bewegen. Oh, wie verpackt das hier ist. Was ist das denn hier? So, ich muss jetzt auch ne Schokolade essen. Das ist jetzt schon wieder so witzig. Verpackt. Junge, ich weiß nicht mehr, wo... What the fuck, Alter. Junge, was ist denn das für ein Bug, Alter? Jetzt machen wir einen Witz. Was ist das denn? Ich liebe es, Alter. Ich find's so lustig. Junge, Alter, das hab ich noch nie gehabt. Noch nie. Was ist denn das? Dein Immun... Der Immunator nicht. Doch, das liegt an dem Immunator. Weil das ist ja ein Multiplayer und das... Das ist ein Schwanzigefehler. Hä, was willst du tun? Lol. Was ist jetzt? An dein Gammel-PC nicht das. Genau. So, wir müssen jetzt, glaub ich... Boah, wen? Rocky, glaub ich, oder? Äh, hä, hä, schaut da. Da ist der Eingang zu deiner Höhle. Wartet kurz. Ich wusste es. Cool. Junge, geh doch nicht gleich rein, du Fettsack, Mann. Jedes Mal gehst du direkt irgendwo rein. Wie so eine fette Mistmade, Alter. Hey, ich seh hier einen fetten Burger, geh ich da hin. Fettsack, Alter. So, jetzt geh ich erst recht da hin. So, da leveln wir uns jetzt. Ja, viel Spaß. Jungen, kämpf doch mit, du Fettsack. Nö, du hast mich beleidigt. Aber du bist auch fett. So. Jetzt reicht es. So, ab in die Höhle. Ja, da müssen wir jetzt auch... Hätten wir uns sparen können da. Ja, ich dachte, der wäre ein Speicherort. Ne, wäre er nicht. Ja, und das weißt du. Ja. Wo wurde es? Ist ja logisch, hier geht die Story weiter. Ja, und ihr könntet trotzdem Speicherort sein. War doch auch bei dem scheiß Mana-Stein so. Juck, kein. Ja, aber du bist so ein fetter, ohne Mist, Alter. Gib ihm einen Bonbon. Er muss das essen. Er muss das machen, Bonbon. Für ihn wäre ja Cornflakes besser, aber... Gibt's ja hier nicht. Wir hätten eigentlich Drachenlord eigentlich auswählen müssen. Er hätte dann immer seinen Breitsammer bekommen. Ja. Aber guck mal, die sind schon level 15, ne? Die sind eigentlich viel zu stark für uns. Warte mal, Feierdor ist wieder zu wenig Leben. Guck mal, die sind level 15, man. Du hast schon ein bisschen leveln, so. Easy, guck doch. Weil deswegen war es doch low AP. Ja, weil ich, äh, keine Ahnung habe, weil Klaus, wenn man dazwischen geht. Warte, so kannst du ihn angreifen. Schon wie... Hä? Was ist das denn? Jetzt mal ohne Witz, was ist das denn? Warum passiert das jetzt gerade nur uns? Alter, sorry, aber das sieht da ekelhaft aus. Also, wenn wir den Part beendet haben, mal gucken, vielleicht wird's ja im nächsten wieder besser. Ja, wir müssen mal den Emulator dann neu starten. So, der muss jetzt zwei Bombungs nehmen. Alter, was da los ist, habe ich keine Ahnung, ey. Mann kann ich keine Intelligenz nehmen, bitteschön. Weil du schon sieben hast. Mach Stärke jetzt einfach ein gutes... Ja, wie lange geht denn die Höhle noch? Ich will jetzt endlich hier speichern, was soll das? Boah, man fängt ja schon wieder vielleicht tot. Du nimmst nur ein Bonbon und fertig ist. Du hast gar nichts zu bestimmen mehr. Doch. Ist das mein Projekt? Dein Höhle ist einfach das drin. Dank mir kennst du das Spiel erst. Genau, von dir. Weil ich das in der Kindheit gespielt habe. Und deswegen hast du überhaupt keinen Plan von irgendwas. Das nächste Projekt wird die Schlümpfe. Auf einmal war da jetzt kein Grafik-Bug mehr. Ah, jetzt ist es wieder... Hey, wir haben keine Bonbons mehr. Ja, super gemacht, ey. Ja, und? Ja, der muss zwei Bonbons essen. Ich drücke einfach Start. Wir haben tausend Bonbons hier drin, Alter. Meinst du, das juckt mich? Boah, wir haben sogar noch 58 Schokolade. Können wir jetzt auch noch auffüllen. Oh, was sind denn das so scheiß Töne, ey? Was denn? Oh, Alter. Bei mir sind immer solche scheiß Töne, immer. Ja, weil es ja auch aufhängt. Es sich gerade bei dir aufhängt, weil da ein scheiß unstabiles Internet was. Das ist seit dem Anfang von Let's Play immer so. Der geht auch immer seine Stärke hoch, weil der stirbt ja immer zu schnell. Das soll ja nicht so sein. Junge, was ist das denn? Das hat man noch nie. Was ist das für Grafik-Bugs, Alter? What the fuck? Das Spiel ist verflucht. Und der Wett nur, weil wir jetzt im Multiplayer oder so übers Internet spielen. Wett nur deswegen. Junge, du frisst jetzt nur ein Bonbon und fertig ist, ja. Muss gar nix so haben. Junge, du stirbst jedes Mal direkt, Alter. Du hast ja nur aufpasst. Na guck, der frisst mich auf. So, wenn jetzt dein Endpost kommt. Na ja, gefangen, okay. Okay, dann geht's dann hier weiter, okay. Ey, Klaus. Ne, wobei, es passt noch. Okay, Klaus muss aber jetzt eine Schokolade essen. Nimm du auch noch ein Bonbonfeier. Oh, hier können wir jetzt endlich mal speichern hier gehen. Wie wär's? Oh Gott, der Part geht auch übelst lang schon, ne? Aber wir können auch gar nichts machen, weil... Wie soll man denn hier speichern? Bitte. Junge, der lässt uns nicht speichern, Alter. Das Spiel, Alter. Du Noppenzunge, Alter. Wir hätten eigentlich beim Totem schon aufhören müssen, eigentlich. Aber wir wussten ja nicht, dass es noch so lang dauert. Junge, was ist das denn für ein Grafikpack schon wieder? Checkst du, wo wir jetzt lang können? Darunter und nach links könnte man. Warte mal, was wäre links gewesen? Ach, links kann man gar nicht lang. Ja, wegen dem Grafikfehler habe ich so leider nicht erkannt. Tut mir leid, Spiel. Tolles Spiel. Junge, das ist mir noch nie passiert. Ich habe es doch auch mal durchgespielt. Das passiert uns jetzt seit... Keine Ahnung, wie viele Parts erst. Mit mir ist es noch nie passiert. Ja, das muss daran liegen. Das kann ja gar nicht aus anderem liegen. So, ich muss aber jetzt ein Bonbon nehmen. Ja, aber das da oben, das ist immer. Ja, aber das verstehe ich auch nicht. Das bei mir auch noch nie passiert. Vielleicht sollte man das Spiel halt einfach alleine spielen. Aber trotzdem. Ich erinnere trotzdem nicht meine Meinung. Du spielst jetzt hier mit. So heißt Abbruch. Warum? Das geht auch noch voll klar. Wir brechen das Projekt ab und müssen. Und müssen das noch mal von vorne alleine machen. Super Joker. Ich hoffe, du bist zufrieden. Ich will es nur fett sagen. Hey, da kann man ja auch lang. Aber wo kann man denn nicht lang? Guck, da unten geht es auch schon lang. Was ist das denn? Ich will mal jetzt da rechts da langen. Was da ist. Da war jetzt ein geheimer Weg. Okay, das heißt, hier geht es gar nicht weiter. Aber wir leveln uns trotzdem jetzt hier. Ja, nimmt Schokolade. Warum willst du einen Bonbon nehmen? Wir haben auch voll viel Schokolade. Aber jetzt ist es zu spät. Junge, das ist schon zu spät. Ja, für Klaus kannst du machen. Ah, warte, dann gebe ich ihm einen Bonbon. Ein Bonbon! Okay, ich brauche. Du fällst hier sofort eine Schokolade rein. Ja, ich habe es dir auch gesagt, du darfst. Wir haben doch voll viel Schokolade. Wir müssen nur ein bisschen sorgsam gehen, wenn wir jetzt wenig davon hätten. Quallenöl? Habe ich noch nie gesehen. Du auch nicht, oder? Ey, das ist ein unendlicher Weg, ey. Meine Güte. Ja. So, kein... Oh! Meine Güte, ey. Oh, es kommt mal hier. Warte, 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 warte. Ähm, so, ne? Nochmal 19 Minuten. Wir haben mindestens 30 Minuten. Mindestens. Und wir haben dann nochmal gespielt gehabt. Erinnerst du dich? Ja. Wirst du nochmal neu laden? 40 Minuten müsste das schon hinkommen. Geil. Dankeschön, Spiel. Aber das war es erstmal für dich, würde ich sagen, für diesen Part. Tschüss. Tschüss.